Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Es ist wieder so schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute wieder eine Interviewpartnerin hier am Start, die liebe Janine Mena. Und Janine ist seit über zwölf Jahren Moderatorin, beziehungsweise hat sie seit über zwölf Jahren Bühnenerfahrung. Und wir haben uns auch kennengelernt tatsächlich auf einer Bühne im Jahr 2020, glauben wir. Wir sind uns gerade nicht ganz sicher. Spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Auf jeden Fall ist sie so eine interessante Persönlichkeit, die mir einfach im Kopf geblieben ist. Und wie du weißt, ist in den letzten Jahren ja unfassbar viel passiert. Wir hatten Covid erlebt und so weiter. Und viele Menschen haben zu sich selbst gefunden. Speziell Janine auch. Darüber sprechen wir nämlich heute. Was du nämlich brauchst, um dich im Business selbst zu führen. Gerade in der heutigen Zeit zum Thema New Work. In der Zeit, wo wir sehr viel online machen, sehr viel offline machen. Dieses gepaart mit deinem Business, mit deiner Work-Life-Balance, wie du das für dich hinbekommst, darüber sprechen wir heute. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Janine, ich freue mich mega, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ganz lieben Dank, dass ich bei dir sein darf heute. Ja, total gerne. Du hast so viel gemacht und erlebt in den letzten Jahren. Was ich ja so, so cool finde, das sieht man auch überall auf Social Media, wo man dich ja findet, dass du mit deinem Camper durch die Gegend reist. Darüber hast du auch dein Buch geschrieben. Hol uns doch mal kurz ab, wie es dazu kam. Du bist seit zwölf Jahren Moderatorin, reist durch die Welt quasi und hattest dann die Idee, 2020 im März vor Covid, ich betone es jetzt auch noch mal kurz, dir einen Camper zu kaufen. Was war da der Auslöser und was ist dann passiert, als Covid kam? Absolut. Also klar gehe ich gerne auf die Frage ein. Wie du gesagt hast, seit meinem 21. Lebensjahr moderiere ich unterschiedliche Live-Formate, sowohl TV als eben auch Events, Messen und Kongresse. Das ist das Business, so weit, so gut. Und ich habe eine große Leidenschaft. Ich reise einfach wahnsinnig gerne. Ich war für meine Kunden auch in San Diego, auch in Baku, in Sydney, habe auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, auch als Moderatorin. Und ich dachte irgendwie, wie kann ich diese Sachen verbinden? Weil ich sage mal, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, ich muss mich natürlich auf meine Sachen vorbereiten. Ich recherchiere. Das habe ich aber immer schon gemacht, entweder in Hamburg oder im Erzgebirge bei meinen Eltern. Oder an irgendwelchen tollen Orten. Und dann kam mir die Idee, ja geil, dann holst du dir einen Campervan. Also ich hatte vorher auch schon eine Tour beispielsweise in Kalifornien gemacht, habe gemerkt, ist voll mein Ding. Und dachte mir, geil, holst du dir einen Van. Und ich wohne in Hamburg. Wenn ich beispielsweise mal in München bin, dann fahre ich halt nicht zurück nach Hamburg, sondern fahre eben an den Lagomatiore oder nach Frankreich oder, oder. Vor allen Dingen vielleicht auch so im Februar, März, wenn es bei uns einfach noch super kalt ist, dass man dann so ein bisschen die Saison noch verlängern kann. Oder halt das Warme schon ein bisschen eher haben kann. Und das war die Idee. Ich habe auch ein Katerchen. Und ich dachte, naja, mal gucken, wie der das so mitmacht. Aber wie gesagt, meine Eltern wohnen ja am Erzgebirge. Und ich habe ihn eigentlich von klein auf immer Weihnachten, Ostern und so mitgenommen. Also der kommt eigentlich mit dem Autofahren auch gut klar. Und dann habe ich im Grunde auch schon einen Fehler gemacht, den man als Selbstständiger nie machen sollte. Man soll ja als Selbstständiger immer irgendwelche Rücklagen haben, falls mal was passiert, falls man krank wird und ein halbes Jahr oder so nicht arbeiten kann. 2019 war bis dato mein umsatzstärkstes Jahr. Und ich wollte mir diesen Campervan kaufen. Ich wollte ihn auch nicht leasen. Ich wollte ihn kaufen, weil ich eben nicht wusste, wie geht die Katze damit um? Vielleicht zerstört er das komplette Auto. Und dann ist es halt auch schwierig, das beim Leasen wieder zurückzugeben. Also die Idee, okay, ich kaufe ihn und habe dann alle meine Aktien verkauft und quasi meine Konten leergeräumt im Februar 2020 und habe mir den Campervan geholt. Und dann hatte ich meinen ersten Job mit Campervan und mit dem Kater unten in München. Wollte dann eigentlich nach Italien fahren. Wie wir alle wissen, war Italien das erste Land, was dann schon nicht mehr ging. Keiner wusste, was passiert. Und ich hätte zwei Wochen später eigentlich noch einen Job in München gehabt. Also bin ich dann von München nach Spanien gefahren, weil ich wollte irgendwo hin, wo es warm ist. Also bin ich dann bis nach Andalusien gefahren. Und zack, bis dahin standen alle Ampeln auf grün. Es hat alles funktioniert. Also das ging alles ganz schnell, den Band zu kaufen, den anzumelden, Versicherungen, Kennzeichen. Es war alles da. Ich war in München entschieden. Ich war bis nach Spanien in einem Mordstempo runtergefahren. Und als ich dann in Spanien war, hieß es Lockdown. Und bis ich in Spanien unten war, waren alle Jobs für 2020 abgesagt. Und dann stand ich da. Ja. Und dann stand ich da und dachte, was machst du jetzt? Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass du so weit gefahren bist und dass du jetzt einfach umdrehst. Weil die Option wäre ja gewesen, umzudrehen und mit dem Camper entweder auf den Garagenhof meiner Eltern zu fahren oder aber dann in meine Wohnung in Hamburg zu fahren. Und ich dachte mir, na ja, gut, aber da kann ich ja auch nichts machen. Also kann ich auch unten in Spanien bleiben. Hatte einen riesengroßen Campingplatz, was natürlich ein großer Vorteil war. Wir hatten dann eine internationale Community mit denen, Schweden, Spaniern, Deutschen hatte ich neben mir stehen. Wir haben dann jeden Tag gekocht. Wir haben jeden Tag Yoga gemacht. Was mich dann auch veranlasst hat, eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Ich habe dann auch relativ schnell angefangen zu blocken, weil ich eigentlich immer einen Reiseblock auch haben wollte und habe dann die Leute so mitgenommen, was bei uns da jeden Tag passiert. Wir hatten auch sehr gutes Wetter. Und für mich war eben mit dem Campervan auch alles einmal komplett neu. Ja. Lass mich da mal gerade reinfragen, weil das war ja wirklich diese Situation worst case. Ja, es ging ja allen ähnlich. So, oh mein Gott, Panik. Was mache ich jetzt mit meinem Business? Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte viele, denen es immer noch ähnlich geht. So, oh, was mache ich jetzt mit meinem Business? Wie komme ich jetzt zu Kunden und so weiter? Was war denn da so dieser ausschlaggebende Punkt auch, dass du gesagt hast, okay, ich fange jetzt an zu bloggen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, mein Business weiter auszubauen. Also was ist da so genau passiert, dass du Möglichkeiten entdeckt hast? Weil du hast ja dann auch angefangen, wie sagt man das, Hybrid zu arbeiten, was du ja auch vorher nicht gemacht hast. Und es gibt ja Leute, die stecken da den Kopf in den Sand, so Panik. Aber du hast halt relativ schnell, obwohl du nicht da warst zu Hause und irgendwo in einem fremden Land warst, in deinem Camper mit wenig WLAN, trotzdem die Möglichkeiten gesehen. Absolut. Also da sind jetzt viele Sachen drin tatsächlich, auf die ich eingehen kann. Zum einen muss ich sagen, ich bin das Jahr davor 2019 den Jakobsweg gelaufen. Von der französisch-spanischen Grenze bis nach Santiago de Compostela und bis nach Finisterre, also 888 Kilometer mit meinen Füßen, mit meinem Körper. Wie lange läuft man da? Around about fünf Wochen bin ich gelaufen. Und bin da natürlich so tief runtergekommen. Und ich bin in Ostdeutschland geboren und bin auch atheistisch erzogen. Also sprich, kein Gott, also quasi keine Götter. Und ich muss sagen, mir hat immer irgendwas gefehlt in meinem Leben. Und als ich den Jakobsweg gelaufen bin, habe ich meinen Zugang gefunden zu was auch immer. Also sei es Gott, sei es Spiritualität, sei es Energie, sei es Universum. Und habe so ein Vertrauen ins Leben gefunden, dass ich geleitet bin und dass alles gut ist. Und das war mein Anker 2020. Es war ja knapp ein halbes Jahr erst her, dass ich das gemacht habe. Und ich dachte eben, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier bin und dass ich jetzt einfach zurückreise. Also deswegen hatte ich so ein tiefes Vertrauen ins Leben und in diese Situation, dass ich da sein sollte. Und das hat mir natürlich eine unglaubliche Sicherheit gegeben. Das zum einen. Zum anderen war ich immer ein Mensch, der gearbeitet hat. Also auch als ich zur Schule gegangen bin, ich habe nebenbei gearbeitet, beziehungsweise habe eben immer Gesangsunterricht gehabt, Tanzunterricht gehabt, Auftritte gehabt, war im Theater. Das ging eigentlich auch so weiter, während meiner Ausbildung irgendwie 25 Stunden pro Woche noch bei einem Optiker gearbeitet, bei der Schule rausgeflogen, rausgekickt, hatte einen privaten Kredit aufgenommen. Ich musste arbeiten, ich musste funktionieren. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie da saß und dachte, wow, krass, du hast gerade nichts zu tun. Das war für mich in einer gewissen Art und Weise auch erstmal schön, weil ich eben auch dachte, okay, anscheinend soll das auch mal so sein. Und aus dieser Ruhe, klar, habe ich dann auch überlegt, was kannst du noch als Business machen, was kannst du noch anbieten? Ich hatte zum Beispiel überlegt, bis dahin dachte man ja noch, dass es vielleicht nach ein paar Wochen vorbei ist. Ich dachte, vielleicht kann ich aufs Oktoberfest fahren und irgendwie Zöpfe flechten. Meine Mama bäckt selber Stollen. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwie lernen, Stollen zu backen und dann mit dem Campervan irgendwie, ist ja auch eine geile Story, mit dem Campervan dann irgendwie Stollen auszufahren. Meine Wohnung in Hamburg hatte ich noch, meine Katze darin, die hatte einen Schlüssel zu der Wohnung. Wir haben es dann irgendwie relativ schnell organisiert bekommen, dass meine Wohnung vermietet werden konnte, was halt geil war, weil ich natürlich meine Kosten senken konnte. Ich hatte zu der Zeit, das ging ja alles recht flott neben dem Campervan, ich hatte noch ein kleines Auto. Und meine beste Freundin wollte zu der Zeit mit ihrem Partner berufsmäßig nach Panama. Die hatten auch schon alles aufgegeben, ihre Wohnung aufgegeben, pipapo, ging dann natürlich auch nicht. Hatten dann noch eine Wohnung und sie sagte, ey, du hast doch noch dein kleines Auto. Können wir dein kleines Auto haben? Weil entweder wir mieten jetzt ein Auto oder wir nehmen dein kleines Auto, haben wir dann auch noch monatlich was gegeben. Und das waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, wie kann ich meine Kosten runterfahren? Wie kann ich irgendwie Geld generieren? Und den Blog schreiben, also A, wollte ich immer einen Blog haben und ich dachte aber, das ist mir, glaube ich, so ein bisschen zu platt zu sagen, wie flechte ich meine Haare so. Also einen Blog darüber zu machen, da gibt es auch bei YouTube schon so viel. Aber ich bin so viel in meinem Leben gereist und habe dann so meine ganzen Reisegeschichten geschrieben. Und ich wollte die Leute eben auch mitnehmen. Oder mir hatte auch jemand gesagt, wenn du mal ein Buch daraus schreibst, fang an, jetzt einen Blog zu schreiben, weil du vergisst so viele Sachen. Wie war das? Wie war das, als ich mit dem Van geholt habe? Wie kann ich mit der Katze reisen? Was brauche ich alles? Wie war das in Spanien? Und deswegen, für mich war das dann auch so eine Art Arbeit, so eine Struktur, dass ich da in Spanien bin und sage, okay, und jetzt klappe ich den Laptop auf und ich fange an zu schreiben, dass ich irgendwas zu tun habe. Und das hat mich dann letzten Endes auch so durch die Zeit getragen. Ja, voll. Ja, total spannend. Du hast gesagt, Spiritualität. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ja. Wie auch immer die Hörenden das nennen möchten, ja, für jeden ist es, wie du gesagt hast, was anderes. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es auch gerade in aller Munde ist, irgendwie gesellschaftlich wird es halt immer mehr. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Ich nehme es so wahr. Ja, deswegen auch New Spirit in Business. Es geht eigentlich gar nicht um diesen neuen Spirit, sondern eigentlich darum, den eigenen Geist wieder zu entfachen. Und wie wir das halt jetzt integrieren können. Wie wichtig ist aktuell für dich die Spiritualität in deinem Business? Also wie verwendest du es? Wie regelmäßig machst du das? Und du hast gesagt, du hast diesen Zugang gefunden, diesen Kontakt gefunden. Ich höre auch sehr häufig von Menschen, die dann sagen, ah, Jessie, ich journal ja, ich bete ja, ich meditiere drauf, ich manifestiere und es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht. Ah, okay. Wo viele sagen, ja, das ist alles Quatsch und Hokuspokus und dann gibt es halt welche, wie du und ich auch und viele andere von unseren Kollegen, die damit halt täglich arbeiten, wo wir halt wirklich diesen Zugang zu uns finden, was ja auch ein Thema zur Selbstführung ist. Aber ich will jetzt gar nicht so viel dazu erzählen. Die Frage ist eher, wie wichtig ist es für deinen Job und welche Vorteile ziehst du da raus für dich? Ich finde, ja, diese Frage ist letzten Endes auch so eine Frage, wie glaubst du an Gott und nutzt du Spiritualität in deinem Business? Also für mich ist es einfach was, was ich mache und das ist auch so der Mensch, der braucht irgendwie Definition und der braucht ein Wort, damit er ein Label an irgendwas packen kann. Also um die Frage zu beantworten, ja, wo nutze ich das? Also einerseits, um meinem Tag Struktur zu geben. Ich bin Yoga-Lehrerin, also ich mache fast täglich Yoga und ich meditiere auch fast jeden Morgen, wenn das zeitlich irgendwie passt. Aber das gibt mir natürlich auch Struktur, egal, ob ich jetzt irgendwo in einem Hotelzimmer bin, ob ich mit Van unterwegs bin, ob ich einen Job habe, ob ich keinen habe oder ob ich zu Hause bin. So, das ist meins und das ist mein Punkt und gerade auch bei den vielen Reisen, wo ich unterwegs bin, das ist ja auch so mein innerer Raum, also mein Anker, ja, mein Raum, wo ich halt immer zurückkommen kann, meine Heimat letzten Endes. Das zum einen. Zum anderen, klar, finde ich das schon schön und das habe ich früher auch weniger gemacht und das mache ich immer mehr, dass ich auf mein Herz höre und dass ich sage irgendwie, was passt da und wie ist meine Intuition? Habe ich ein gutes Bauchgefühl bei dem Kunden oder bei der Sache oder eher nicht? Also, dass ich nicht nur monetär schaue, lohnt sich der Job, sondern dass ich auch sage, habe ich da Bock drauf? Also, eher da auch auf die Intuition viel mehr zu vertrauen. Auch diese Sachen männliche, weibliche Energien, da gibt es ja auch so Sachen, wie bin ich immer irgendwie pushy und immer noch weiter schneller höher oder sage ich auch mal ganz bewusst, was dann eher die weiblichen Energien sind. Ich kann mich auch mal entspannen, ich kann auch mal die Füße hochlegen und manchmal merkt man, also ich merke das, je weniger ich tue, desto mehr kommt, auch also diese weibliche Energie in der Passivität zu sein. Ich persönlich habe auch auf jeden Fall ein Vision Board, damit habe ich früher schon gearbeitet, dass ich mir meine Ziele aufschreibe, also sowohl meine Jahresziele als auch meine langfristigen Ziele, dass ich mit Bildern arbeite und Journalen, klar, auch was möchte ich haben, geht ja alles in die gleiche Richtung. Ja, und zu diesem Thema Manifestieren. Manche denken dann so, ja, ich denke jetzt an das große Ziel und dann klappt es nicht. Also zum einen ist es eigentlich meistens so dieser Punkt, viele geben dann auf unterwegs, auch generell im Business und vielleicht dann auch beim Manifestieren. Und jetzt hat es ja nicht geklappt, siehst du? Das ist zum einen, also irgendwo da auch dranbleiben und diese Langfristigkeit und zum anderen dieses Manifestieren ist ja viel mehr eine Energie, eine innere Haltung. Also so dieses quasi, mir gehört das eh, der Job, der ist eh für mich und irgendwie, ja, diese Energie, das zieht es ja an. Also das ist es viel mehr. Ja, wahrscheinlich auch das Weitermachen, also trotzdem ins Handeln kommen. Genau, stimmt. Also nicht nur darauf warten, ja. Richtig. Gerade so auch wie du jetzt und wie wir alle Zeit hatten dann, ja, du sitzt da in deinem Camper, also nicht da sitzen, meditieren und warten, um zu mir fliegt, sondern du hast ja dann auch gehandelt. Also du hast deinen Blog geschrieben, du hast dann Hybrid-Veranstaltungen gemacht, hast dir überlegt, okay, was gibt es halt noch zu tun? Und ja, das kann ich auch jedem nur empfehlen, da einfach weitermachen. Also dieses wirklich, im Business, glaube ich, ist es auch immer entscheidend, dieses Dranbleiben, immer, immer weiterzumachen. Absolut. Und wenn mir das bei dir auch, also wirklich da Hut ab, im wahrsten Sinne des Wortes, Hut ab, du bist so viel unterwegs, Janine, auf so vielen Bühnen und ich beobachte dich wirklich auf LinkedIn, sehe ich Beiträge, wo du schon wieder warst, ja, auf welchen Conventions du gesprochen hast, Konferenzen, bei großen Events, Firmen-Events sprichst du, es ist so unfassbar, was du alles Cooles machst, wo ich mir manchmal die Frage stelle, wie macht die das denn? Weil gerade so nach Covid habe ich persönlich wahrgenommen, ich weiß nicht, wie du es siehst und wie die Hörenden das so wahrnehmen, mit Menschenmassen habe ich so meine Herausforderungen energetisch. Und ich stelle mir das wirklich als Challenge vor selber, als Moderatorin, immer wieder sich energetisch da vorbereiten und vor allem auch abzugrenzen, ja, da auch wieder Thema Selbstführung. Wie machst du das? Das ist eine sehr gute Frage, danke dir. Manchmal sind es auch Sachen, wo ich mir gar nicht so richtig Sachen überlege, also die ich einfach mache und dann manchmal mit irgendjemandem drüber rede oder irgendwas lese und dann denke ich, ja, ja, krass, okay, das mache ich ja. Ja, mir ging das tatsächlich genauso, also bei diesen ganzen Hybrid-Veranstaltungen oder erstmal auch die reinen Online-Geschichten, also entweder war ich ja komplett bei mir in meinem eigenen Mini-Studio oder wir waren halt irgendwo in Fernsehstudios oder wir waren beim Kunden vor Ort mit einem Kamerateam. Also sprich, da waren ja wirklich nicht viele Leute da. Und dann, ich meine auch, das war, oh Gott, wann war denn das? Ich glaube, so eine richtig große Veranstaltung hatte ich im Oktober, September, Oktober 2021. Also nachdem wir alle irgendwie, ja, man kann sagen, anderthalb Jahre keine großen Veranstaltungen mehr hatten. Und da waren so, ja, das war ja so September, Oktober 2021, das war so ein Slot, wo man wieder große Veranstaltungen machen konnte, bis es dann wieder in den nächsten Lockdown ging. Und da hatte ich, glaube ich, eine Veranstaltung mit über 400 Gästen. Da ging mir das genauso wie dir, dass ich so dachte, oh Gott, das sind aber viele Energien. Witzigerweise jetzt, wo du es sagst, ich hatte jetzt wirklich wieder viele Veranstaltungen, auch mit über 1000 Gästen etc. Das ist jetzt bei mir nicht mehr so, wobei ich aber an der anderen Stelle sagen muss, dass ich ja in meinem Job wirklich immer sehr präsent bin. Also ich glaube, viele stellen sich das auch so vor, von wegen, ja, okay, und sie ist dann irgendwie um 10 bei der Veranstaltung und das geht dann bis 18 Uhr oder so. Aber es ist ja so viel mehr. Also ich finde, das geht ja schon los, auch gerade, wenn ich jetzt mit dem Kunden gemeinsam im Hotel bin. Das geht ja dann schon los. Man sieht mich und man kommt dann dazu und hey, kann ich mich dazusetzen? Wie bist du zu deinem Job gekommen? Und dann machst du halt den ganzen Tag da deinen Job. In der Mittagspause kommen dann Leute, hey, ach cool, du hast ja gerade Mittagspause. Und du denkst dir so, ja, ich habe gerade Mittagspause und ich wollte jetzt essen. Aber okay, wir unterhalten uns. Und dann geht man dann abends auch noch mit dem Kunden essen. Und ich bin da ja nie irgendwie privat, ja. Ich sitze da ja nicht in meinem Jogginganzug und wie ich jetzt irgendwie mit meinem Freund oder meinen Freunden sitzen würde. Sondern man hat ja schon eine gewisse Anspannung auch, ne. Also egal, ob ich irgendwo hinlaufe. Klar, ich meine, ich war auf der Bühne. Die Leute haben mich gesehen, aber ich bin im Grunde dann 24-7 oder zumindest in der Zeit, wo ich dann schlafen gehe. Ansonsten, sobald ich irgendwo die Tür verlasse, bin ich quasi präsent. Und einerseits gibt mir das unglaublich viel, also auch gerade auf der Bühne zu stehen, weil es ist mein absoluter Lieblingsjob. Und andererseits zieht es auch Energie oder auch dieses, wenn dich Leute quasi angucken und du so viel gibst und so, das zieht auch irgendwo Energie. Und das ist auch der Moment bei mir, wo ich sage, ich wohne jetzt mittlerweile super ruhig. Und das ist eben auch dieses Thema mit dem Van, dass ich dann sage, boah, einfach Tür zu, von der Bühne ins Grüne. Ich fahre jetzt in die Natur. Ich erde mich. Ich brauche definitiv meine Ruhephasen, um die Akkus wieder aufzuladen. Und das gibt mir natürlich auch mega Yoga und die Meditation. Ja, das heißt, du nimmst dir dann auch ganz bewusst diese Zeit zu sagen, okay, von der Bühne ins Grüne, ab in den Van und dann nur ich und nur Natur. Ja, ja. War das vorher schon so ein Mitgrund, weshalb du dir den Van gekauft hast? Das war kein Mitgrund, nee, sondern der Van, das war wirklich so ein Geil, ich will schöne Orte besuchen, ich will da noch Freunde besuchen, ich will ins Warme fahren. Aber dieses Thema von der Bühne ins Grüne, also dass ich in der Natur unglaublich gut abschalten kann und Akkus aufladen kann, das schon. Ja. Da warst du ja eigentlich so ein bisschen so Vorreiterin, sage ich mal, mit dem Van, ja, vor diesem ganzen Wahnsinn, der ja passiert ist, wo viele die Entscheidung getroffen haben, ach, jetzt werde ich mal auswandern oder ich werde jetzt mal auf Bali arbeiten oder so. Wie siehst du denn so die Entwicklung jetzt beruflich, gerade bezüglich New Work, wie verändert sich das Ganze? Du hast ja mit so, so vielen Firmen zu tun. Wie ist es auch umsetzbar oder was nimmst du auch wahr bei den Mitarbeitenden in den Firmen? Ja, du unterhältst dich ja mit so vielen, wie sehen die das? Ich kann mir vorstellen, die haben vielleicht auch irgendwie den Drang, aber die können das nicht so leicht umsetzen. Also wo geht für dich so diese Zukunftsrichtung hin, speziell zum Thema New Work? Ich denke, auch das ist wieder eine total vielstichtige Geschichte, ne? Also einerseits das Thema Workation, ich glaube, wenn man das möchte, kann man das schon umsetzen. Und das ist ja auch gar nicht so, dass das jeder machen möchte. Es reicht ja schon dieses Thema Homeoffice. Da habe ich jetzt bemerkt, dass da schon einige Firmen wieder zurückrudern. Also manche wollen wirklich am liebsten wieder fünf Tage die Woche Büro. Das hat ja auch so ein Kontrollthema. Ich glaube, eine gute Mischung, und das machen auch viele, ist so dieses, auch dieses Wechselmodell, dass man sagt, so vielleicht drei Tage Office, zwei Tage zu Hause, dass man da einfach so ringsum noch die Familie organisieren kann, nebenbei die Wäsche machen kann, etc. Manche brauchen das ja auch zum Arbeiten, diesen ganzen Kaffee-Klatsch-Talk und so weiter unterwegs. Und Thema New Work, auch der Führungsstil, das merke ich schon. Also du hast schon noch diese altruistischen Systeme, die wirklich so top-down, wir setzen das um, wir brauchen höhere Umsatzziele und Druck, Druck, Druck. Aber gerade mit dem ganzen Führungskräftemangel merkt man ja, das funktioniert einfach nicht. Und da merke ich schon viele, die irgendwie ihre Mitarbeitenden abholen. Die sagen, wir wollen lieber in die jetzigen Mitarbeitenden investieren, denen auch Weiterbildungen geben, denen auch die Möglichkeit zur Workation geben, dass wir halt ganz viele Anreize setzen, dass die lieber bei uns bleiben, anstatt sich halt irgendwo umgucken, dass wir ein schönes Miteinander haben. Auch diese intrinsische Motivation, dass man die Mitarbeitenden abholt. Also dass man nicht nur sagt so, ach, wir stellen euch ja einen Kicker hin und einen Bällebad und einen Obstkorb und so, sondern dass man die Leute fragt, was wollt ihr denn? Braucht ihr überhaupt diesen Kicker? Nein, den brauchen wir nicht. Aber mir hilft es schon, wenn ich Dienstag 16 Uhr irgendwie Feierabend machen kann, weil dann 17 Uhr meine Yoga-Klasse ist oder was auch immer, dass man da vielleicht auch so ein paar fließende Arbeitszeiten hat. Und letztens hatte ich auch eine tolle Veranstaltung, da hat eine Firma die Mitarbeitenden pitchen lassen. Wo seht ihr in unserem Nebenpotenzial, wo wir, klar, am Ende schon natürlich noch mehr Geld machen können, aber zumindest, wo seht ihr da was, was wir vielleicht gar nicht sehen? Und dann haben sie auch noch in Workshops daran gearbeitet, um diese Ideen einfach weiterzutreiben. Und ich sage mal, wenn dann ein Mitarbeitender oder eine Gruppe davon diese Idee umsetzen kann, dann haben sie ja auch wieder eine intrinsische Motivation und sagen, geil, ich konnte mich hier in diesem Unternehmen wirklich mit einbringen und was verändern. Das ist doch richtig cool. Also Win-Win für alle Seiten. Ja, voll. Ist das auch so eine Botschaft aus deinem Buch? Also schreibst du auch über solche Themen? Dein Buch heißt ja Meine Workation. Du hast ja schon ein bisschen über deine Geschichte erzählt. Da schreibst du auch in deinem Buch. Ich habe nur so ein bisschen reingelesen. Also ich habe es jetzt nicht komplett gelesen, aber verrate auch nicht zu viel. Aber was ist denn so diese Botschaft? Für wen ist das Buch? Warum sollte man das lesen? Also dieses Thema Leadership, das habe ich da jetzt eher weniger drin. Wenn dann eher wirklich, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Self-Leadership. Also wie mache ich das? Wo setze ich mir beispielsweise meine Routinen? Darüber schreibe ich. Am Anfang ist erstmal wirklich diese Geschichte. Wie kam ich auf die Idee? Wer bin ich? Es ist ja autobiografisch. Wie kam es zu dem Van? Wie kann ich mit dem Kater reisen? Dann ist eben einfach die chronologische Geschichte, dass ich in Spanien war. Was ist da passiert? Die Community ist entstanden. Ich nehme die Leute dann auch mit. Dieses Thema Yoga, Meditation. Ich war ja auch im Kloster auf Sri Lanka. Dazu habe ich einen Rückblick mit drin. Und dann nehme ich sie auch mit Behind the Scenes. Also sprich zu meinem Business, Moderation. Und da steckt ja eben auch ganz viel drin. Dieses Thema Selbstständigkeit, Business, meine Strukturen. Ja, auch dieses Thema Mindset. Was habe ich für ein Unternehmer-Mindset? Und Workation allgemein, wie setze ich das um? Also da gebe ich eben auch Tipps. Und das bedeutet nicht, dass jeder irgendwie kündigen muss, dass jeder selbstständig sein muss und dass sich jeder einen Camper-Van holt. Sondern da habe ich eben auch noch andere Tipps drin, auch für Angestellte, wie sie das umsetzen können. Ja, total spannend. Also Thema Mindset auch super wichtig. Ich glaube ja, wir haben gesellschaftlich generell auch ein Mindset-Problem. Deswegen holt euch das Buch unbedingt von der lieben Janine. Das kommt alles in die Shownotes. Dein Buch natürlich, deine Webseite, wo man dich sehen kann. Überall auf Social Media, wo die Leute dich buchen können als Moderatorin oder auch als Rhetorik-Coach. Also für die Führungskräfte, die vielleicht mal pitchen wollen und erst mal üben wollen, wie spreche ich denn, wie pitche ich denn so richtig, auch das macht die Janine. Und wir haben jetzt hier so viele tolle, wertvolle Impulse bekommen von dir, meine Liebe. Die Zeit rast schon wieder. Es war für mich unfassbar interessant. Ich werde es hier gleich zum Schluss, wenn wir fertig sind, auch noch mal zusammenfassen für die Hörenden. Aber abschließend möchte ich dir das Wort noch mal geben. Welche Botschaft hast du für die Hörenden, vielleicht auch für die Führungskräfte oder Organisationen? Worauf dürfen sie jetzt in Zukunft achten? Und was möchtest du denen mitgeben? Also das Thema hatten wir vorhin schon mal angeschnitten. Da vielleicht noch mal tiefer reingegangen. Wirklich dieses Dranbleiben und dieses Langfristige. Also auch letzten Endes eine nachhaltige Mitarbeitendenkultur, dass man da auf die Mitarbeitenden sitzt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn jemand selbstständig ist, einfach wirklich dieses Dranbleiben. Also ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben über 2000 Bewerbungen geschrieben, bei Castings mitgemacht, Angebote geschrieben. Und ich glaube, da sind so viele, die kurz vorm Erfolg einfach nicht dranbleiben, nicht weitermachen. Oder die sagen, ich habe es jetzt einmal probiert und es hat nicht geklappt. Und dann schwupp, dann ist es auch schon wieder vorbei. Sondern dass man da wirklich dranbleibt. Jedes Nein macht dich stärker, wie man so schön sagt. Ja, immer weitermachen. Und glaub an dich selbst und lebe deine Träume. Yes. So ein schönes Abschlusswort, meine Liebe. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute in meinem Podcast warst. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald persönlich irgendwo irgendwann mal wiedersehen. Wenn du in Salzburg bist mit deinem Van, sag mir Bescheid. Ich komme vorbei. Und ja, sage Dank. Es war großartig. Danke dir, dass ich dabei sein darf. Dranbleiben und weitermachen ist natürlich ein superschönes Abschlusswort. Zwei Abschlusspunkte, die die liebe Janine hier mitgegeben hat. Es war eine wunderschöne Folge mit ihr. Ich fand es mega cool. Teile auch du sehr gerne, wie immer, deine Aha-Momente auf Social Media mit mir, mit uns. Und zu dem Thema Dranbleiben und weitermachen kann ich nur noch sagen, dass die Janine im Vorgespräch auch noch gesagt hatte, dass sie ja ihre Routinen hat. Und die setzt sie wirklich konsequent um. Sie macht einfach immer, immer weiter. Und sie hat sich ihr Leben dadurch so kreiert, so ermöglicht, dass sie jetzt in der Lage ist, mit dem Sonnenuntergang aufzustehen, sich wirklich die Zeit zu nehmen für ihre Routinen, die sie hat. Und das kann ich dir von Herzen nur mitgeben. Genau das mache ich auch. Denn wenn du das machst und wirklich bei dir bleibst, dich selber so führst, das hat sie mir auch nochmal gesagt, dass sie das immer so macht. Und das steht auch in ihrem Buch. Dann ist es okay, wenn du auch ab und zu mal bis nachts um zwei arbeitest. Du hast den Drive, du hast die andere Energie dahinter, weil du im Fokus bist und probier es aus. Journal, wenn du Fragen hast dazu, melde dich sehr gerne bei mir. Wenn ich dazu mal eine Podcast-Folge aufnehmen soll, darf, kann, dann tell me, please. Mache ich das auch sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Und bevor ich es vergesse, kannst du natürlich noch in das CEO Leaders Club reinjumpen. Wir haben am 27.06. gestartet. Der Club ist noch offen für dich. Einfach in den Link hier unten klicken und dich anmelden. Da machen wir nämlich auch Routinen jeden Tag. Ich zeige dir, welche Routinen du machen kannst, damit du in der Leichtigkeit dran bleibst, damit du weitermachst, in der Umsetzung bist und dich dadurch selbst empowerst. Und vor allem das Coole an der ganzen Sache vom CEO Leaders Club ist, dass du lernen wirst, die Energiewelle so zu reiten, dass dir dein Energietank nicht mehr ausgeht und nicht mehr leer wird. Ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist. Und bis zur nächsten Folge.